Heute stelle ich euch Sapsguide vor. Christoph ist Oberösterreicher und macht sich seit kurzem für mehr Untertitel in Österreich stark. Christoph selbst ist gehörlos und verständigt sich mit der Gebärdensprache. Mit Sapsguide möchte er zeigen, wie wichtig Untertitel sind. Egal ob online, TV oder Kino. Und nicht nur für Menschen mit Behinderung. 90% aller Videos auf Facebook werden ohne Ton angesehen. Diese und weitere gute Gründe für Untertitel findet man auf Sapsguide auf YouTube, Instagram, Twitter und Facebook. Darum reinschauen lohnt sich.